Hallo und herzlich willkommen bei tipptap.io. Hallo. Wir haben hier wieder jede Menge Post bekommen von euch. Der ganze Tisch ist voll. Und nun wollen wir mal sehen, dass wir das mal alles auspacken und euch mal zeigen, was da so drin ist. Wer fängt an? Alle gleichzeitig. Ja, die Kamera ist aus. Welche? Direkte. Seit wann ist die denn aus? Ich seit gerade eben kurz gerade eben. Geht los? Ja, kommt schon. Okay, dann wollen wir mal sehen, was wir hier bekommen haben. Sieht aus wie ein Lenkrad. Wir haben das schon mal ein bisschen aufgeschnitten. Da drinnen ist ein Bild. Lieber tipptap Tube-Kanal. Ich finde eure Kanäle und Videos sehr gut. Ich finde, ihr gibt euch viel Mühe und wisst es zu schätzen. Gebt niemals auf und macht weiter so. Ich hoffe sehr, dass euch das Bild gefällt. Ja, sehr. Dieses Jahr. Ganz toll. Sieht echt gut aus. Ich hätte auch noch ein paar Fragen an euch. Wer hatte die Idee, dass der Kanal tipptap Tube heißen soll? Papa. Ja, das hatte ich mir mal überlegt von den Kinderschritten. Tipptap, tipptap. Weil wir früher haben auch mit Briobahnen angefangen und das sollte ja auch dein richtiger Kinderkanal sein. Und deswegen tipptap Tube. Tube für den Kanal. Wann haben Ash und Max Geburtstag? Ich habe am 28. September. Sicher? 18. September? 19. September. Ach so, 19. September. 19. September und du. Am 18. Mai. Genau. Und Max am 18. Mai. Könnt ihr mich im Video grüßen? Klar, das machen wir auch gleich. Hallo, Anders. Und jetzt habe ich hier. Hi, ich bin noch nicht ganz fertig. Kann mir jeder von euch ein Autogramm schicken? Wir haben gerade eine neue Autogrammkarte und da sind wir alle drauf. Machen wir. So, der nächste ist dran. Vielen Dank. Ich habe hier einen Brief, kannst du gleich vorlesen? Das kannst du doch machen. Das ist gut. Hier ist mein Brief. Hey, mein cool. Und das zieht man so auf. Und dann. Oh Gott. Das ist Lloyd, ne? Als Google Schreiber. Sehr cool. Noch nie gesehen. Da ist das Kai. Ja, ich weiß nicht. Kai, Kai, Kai. Ich habe auch Kai als Taschenlampe. Ein Pikachu. Oh süß. Grüße Cheap. Hallo Tube, ich schaue seit Längerem eure Videos und finde sie lustig und schön gestaltet. Dankeschön. Ich habe noch ein paar Fragen an euch. Könnt ihr mal MauiWolf Company spielen? Weiß ich bisher noch nicht, was es ist. Können wir mal gucken, ob ihr das kennt oder so. Kann ich bitte eine Autogrammkarte haben? Ja. Nope. Könnt ihr Max mal ein Chess Opening in Clash Royale machen? Muss ich mal gucken. Chess Opening kostet auch Geld, die Thron. Für Ersch ist noch was dabei. Pikachu von Max. Ja cool. Dankeschön. Super. Dankeschön. Ich habe die Fußballkarten. Und Kaubombobs und zwei Lumbomber. Das ist so schön. Und ein Brief. Hallo TipTapTube, ich heiße André. Ich finde eure Videos cool und ich möchte gerne eine Autogrammkarte. Eine Autogrammkarte. Und könnt ihr mich in dem Video grüßen? Klar, machen wir da. Die Autogrammkarte bekommst du auch. Genau, die Autogrammkarte bekommst du auch, lieber André. Und wir grüßen dich noch ganz herzlich. Hallo André. Haben wir den vorher auch gegrüßt? Nein. Ach so. Oh, haben wir das vergessen? Felix? Nein. Wir gucken jetzt Felix. Genau. Danke, es kommt jetzt noch schnell hinterher. Hallo Felix. Ich hoffe, dass ihr meine Schrift lesen könnt. Griechen. Ich wollte euch sagen, dass eure Videos super sind. Dankeschön. Macht weiter so. Ich würde mich mega über eine Autogrammkarte freuen. Und könntet mich Max auf Skype ändern. Liebe Grüße Finn. Muss ich mal gucken. Und ja. Dankeschön. Und dann grüßen wir die jetzt einmal finden. Hallo Finn. Mama, ich habe noch ein Brief. Ja. Und noch nicht vorlesen. Ich habe hier noch Star-Wars-Karten. Wow. Hakmi-Boot-Tüte. Schön. So ein Nutscher. Ein Auto. Schön. Schön. Und auch irgendwas zu naschen. Und dann noch ein Lolli. Cool. So. Kann ich jetzt vorlesen? Ja. Hallo TipTapTube. Ich liebe eure Videos über alles. Und das Lied, was Ash gesungen hat, also Schule ist doof, ist super geworden. Danke. Es wäre schön, wenn ihr mir ein Programm schicken könntet. Euer Florian. Genau. Ich wohne da und da. Ja, klar Florian. Du bekommst es auf jeden Fall. Genau. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Genau. Und ihr lieben Gruß Christian auch. Hallo Florian. Und dann kommen wir hier gleich zum nächsten Brief. Der kommt von Marvin. Liebes TipTapTube Team. Ich heiße Marvin. Ihr seid cool. Ich wünsche euch alles Gute. Es wäre nett, wenn ihr mir eine Autogrammkarte schicken würdet und mich im Video grüßen würdet. Viel Erfolg mit YouTube. Viel Grüße. Und dann steht da noch echt so Maryland. MaxApps. Ash5. Dankeschön. So sieht das aus. Dankeschön. Vielen Dank, Marvin. Und na klar, grüßen wir dich auch. Hallo Marvin. Hallo Marvin. Ich habe hier noch einen Brief. Hallo TipTapTube. Ich bin Sören und bin zwölf Jahre alt und schaue gerne eure Videos auf YouTube. So wie Ash5 und Max. So. Danke. Und Maryland. Ja, TipTapTube. Könntet ihr mir eine Autogrammkarte schicken? Klar, bekommst du. Ein Briefumschlag ist dabei. Super. Klasse gemacht. Bekommst du auch. Natürlich grüßen wir dich dann auch. Hallo Sören. Lego Ninjago ist hier dabei. Dann Ash, guck mal. Lego Ninjago. Fußballkarten. Star Wars. Star Wars. Ist es Star Wars? Ja. Neue? Ähh. Jumper. Und einmal Yo-Kai Watch. Ja, vielen Dank. Und ein Brief war dabei. Hallo Max und Ash. Ich heiße Jonas und schicke euch schon meinen zweiten Brief. Für euch habe ich Kai einen Jumper, Fußballkarten, Star Wars Karten und für eure Yo-Kai Watch Opa Gustos Medaille eingepackt. Ich habe noch zwei Fragen. Haben eure Eltern noch eigene Kanäle? Maryland. Also ich habe einen eigenen Kanal, genau. Der heißt Maryland. Und welches Programm benutzt ihr, um eure Videos zu bearbeiten? Macht es so weiter und ihr seid super. Euer Jonas. Und könnt ihr mich bitte grüßen? Klar, Jonas machen wir das erstmal ganz, ganz, ganz lieben. Gruß an dich. Hallo Jonas. Was? Und Dankeschön und wir machen uns mit der Jakes Videobesch. Also das ist privat. Wo ist denn hier eine Adresse? Da sind wir jetzt mit Luftkreuz, da gibt es ja wahrscheinlich. Machen wir aber gleich, ne? Oh ja. Und dann haben wir die jetzt siebterfülle da gemalt. Ja. Dankeschön. Super. Hier haben wir noch so ein Deutschland Anmalstift. Ah! Wie? Du weißt gleich was das ist, ne? Zeig mal. So eine Anmalstift. Also man benutzt es so fürs Gesicht vielleicht. Genau. Ich habe hier ein Buch. Ja, das haben wir noch nicht. Und seine Freunde. Das ist so lieb. Hey! Dankeschön. Danke. Super. Danke, danke, danke. Das würde ich sagen, gibt es heute gleich als Gute-Nacht-Geschichte, oder? Ja. Auf jeden Fall. Dazu noch einen Brief. Hallo Ash, Max, Marie und Adrian. Jetzt hören wir da erstmal zu. Ja. Ich heiße Lena. Ich habe noch ein paar Fragen. Könnt ihr mal wieder shoppen gehen? Machen wir. Wie alt seid ihr? 37. 13. 7. 38. 48. Ash, du machst deine Videos super. Könnt ihr mir eine Autogrammkarte schicken? Danke. Ja, klar. Also Lena, bekommst du auch noch einen Gruß von uns. Hallo Lena. Hallo Lena. Und ich habe jetzt was? Ich bin dran. Aber du hast gesagt, ich dachte. Hallo, ich bin der Christian. Ich schaue eure Videos gerne. Ich wollte fragen, ob ihr mir eine Autogrammkarte schicken könnt. Und liebe Grüße, Christian. Und Christian hat hier auch einen Rückumschlag mit dabei. Briefmarke mit drauf. Und ein Bild hat er gemalt. Oh süß. Dankeschön. Dankeschön. Danke, Christian. Hallo Christian. Hallo Tittlack Tube. Ich heiße Philipp und bin elf Jahre alt. Gehe in die sechste Klasse. Könnt ihr mich bitte ein Video grüßen? Na klar. Das machen wir. Hallo Philipp. Ich habe noch ein paar Fragen an euch. Auf welche Schule gehen Ash und Max? Ich würde mal sagen Grundstube, genau. Und Gymnasium. Genau. Könnt ihr mal eine Haustour machen? Da waren eigentlich jetzt schon alle Räume auch mit drin, ne? Also eigentlich haben wir jetzt alles... Aber wir machen das auch mal zusammenhängende. Ja. Wie alt sind Ash und Max? Ich gehöre ich bin dreizehn. Sieben. Ja, und könnt ihr mir eine Autogrammkarte schicken? In welche Klasse geht Max? Und jetzt wollen wir das Lied da sehen, wenn das dabei ist? Ja, das ist ein Lied. Das glaube ich können wir gar nicht singen. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Du schüttest nicht nur... Da geht's weiter. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, mein Lehrer hat nicht blau gehauen. Ich weiß gar nicht, wie das weitergeht. Ich auch nicht, ich mach schockiert. Deshalb können wir das nicht. Das hat man schon gehört, voll wie Karaoke hier. Ich habe hier ein kleines Paket. Kleine Pfeil. Ja, das magst du. Ich sitze auch hier noch, ne? Ich sitze auch hier noch. Er hat sie eben so schön mit der Hand ausgeholt. Achso, mit blauen Augen. Das kommt aus der Schweiz, oder nicht? Mama, kannst du mal gleich lesen? Ja. Hier, warte. Papa und Mama. Oh, hallo Tissabt U. Ich heiße Sven und ich bin elf Jahre alt. Ich kenne mich mal laut. Ich gucke eure Videos jeden Tag nach der Schule. Ich schaue auf Ash5MaxApps echt so und ich habe jeden Kanal abonniert. Dankeschön. Könnt ihr mich grüßen? Kriege ich eine Programmkarte? Natürlich bekommst du eine. Macht weiter so. Grüße aus der Schweiz. Hallo. Die Frage. Hat Max seine Handynummer schon auf Instagram hochgeladen? Hatte ich mal. Hatte ich mal. Ja, dann könnte ich sie kriegen. Haben Ash und Max eine Freundin? PS. Ich hoffe, euch gefallen die Sachen. Ja, bestimmt. Ich wollte gerade sagen, was war da drin? Wir müssen eigentlich noch eine Frage beantwortet werden. Darf vorgelesen werden. Max und Ash eine Freundin? Nein, muss ich auch. Die muss nicht beantwortet werden. Muss es nicht. Muss nicht? Also für Ash ist das dann noch ein bisschen zu früh. Du hast ja eine Spielfreundin. Ja, Lini, die hat doch mal mitgemacht. Ja, warte. Max. 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 Und ihr für Mama und Papa. Dürfen wir jetzt schon auspacken? Hallo. Oh mein Gott. Warte, den habe ich doch schon. Jetzt habe ich da einen Doppelten dazu. Noch besser. So. Mann, bist du verrückt geworden. Sag mal, wir sind gerade hier beim Auspacken. Und ich gehe auf die 50 zu. Das könnte ein Herzinfarkt bedeuten. Warte mal, bin ich... Sand? Nein, das ist hier Kuchen. Oder Kekse oder so. Der sieht voll aus wie Kuchen. Ey, wie saß da? Vielleicht ein Sandkuchen. Mit dem Schräger auf der Füße ist ich wahrscheinlich... Aber du hast es echt gut verklebt, muss ich sagen. Also ich komme hier gar nicht an. Das ist hier ein Schokohase oder Hase? Jetzt. Oh, ich habe es befreit. So. Seife. Scheiße. Das ist keine Seife, das ist zum Essen. Was zum Essen wäre? Zeig mal. Feinbäckerei. Okay, doch. Zeig mal. Das ist ja cool. Das ist was zu essen. Ah, das ist Memory. Ich kenne das überhaupt nicht. Das ist ja cool. Das kommt auch aus der Schweiz, ne? Ja, aber schön. Vielen, vielen Dank. Hey, Mama. Warte, ich habe euch kein Wunterschrecken. Ja. Das ist was zu essen. Sie freuen sich so aus. Aber Max hat es auch gemacht. Deswegen würde ich auch noch kurz... Danke schön dafür. Danke schön. Und hier kommt ein Bär heraus. Danke schön. Haben wir jetzt Sven begrüßt? Ja, haben wir. Ja, das stimmt.